Halli hallo, hier ist der Guzor, ihr kleinen Fraschen-Boys und Girls und auch großen Fraschen-Boys und... Ja, Girls... Pokéjagd, bitte, 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 lasst uns uns schaffen und in die Top 200 rein-raisern. Und zwar sind wir jetzt hier irgendwie, ich glaube, 400 noch irgendwas und ich weiß ganz genau, das ist ohne Probleme locker, locker, locker flockig machbar bei uns, dass wir Top 200 machen. Jetzt sind wir genau auf 400 und jetzt will ich natürlich logischerweise mit gutem Beispiel vorangehen und mit meinem jetzigen Zweit-Account halt, da bin ich ja wirklich noch richtig tief, richtig schön nach oben gehen. Und da, ja, ich weiß nicht, ob ich euch da mit... Das werdet ihr vielleicht heute im Stream sehen. Apropos Stream, heute wieder camcord.com slash live slash Guzor bin ich wieder dabei. Ja, heute wieder so irgendwas um 21 Uhr. Ich weiß, es ist relativ spät, aber wie gesagt, Lichtle streamt, ich stream danach und dass wir uns da nicht so in der Quere kommen. So, es könnte sein, dass es ein mega geiles Game noch nebenbei gibt im Stream, was es so noch gar nicht auf dem Markt gibt. Yeah, okay, ich hoffe, ich habe nicht zu viel gesagt. Und, ja, wie gesagt, vielleicht sehen wir uns heute beim Stream, kommt vorbei. Und wie gesagt, ich pushe jetzt ein bisschen, das seht ihr dann in den nächsten Videos, wie der Affe losfliegt. Und das war's. Bis dann. Haut rein. Ciao, ciao.